Okay, LHF haben wir vergessen. Ach, wir sind so dumm. Ich freue mich schon auf meinen Langspieler, Larry. Wo bleibt Neon Ducky? Der löft dich, Scheid? Ich booste dich hoch, Dyrr, auf Short. Let's go. Oh, nee. Ja, gut, dann nicht. Ja, einer weg. Nur noch einer. Bitteschön. Jungs, ich glaube, der ist Short. Ja, da ist er. Amen. Ich finde es gut, dass der immer so schlecht aint wie ich. Ja, ich bin auch blind. Nice, Niesel, schönes Ding. T-Bagin, T-Bagin. Sehr gut, sehr gut. Der ist tot. Das heißt, Dyrr, Mann. Aim nur einfach mal. Ja, 55, 2, Alter. Aber ich fand es wirklich gut, Dyrr, ich konnte jetzt nur gucken. Ich habe so eine Aufnahme, es war schön. Ja, bitte reinsteigen, Edo, reinsteigen. Alter. Alter, ja. Trotzdem kein Team, der sich kassiert. Geht so einfach. Noch einer. Jetzt kommt er die Treppe hoch. Nein. Loch. Nein. Da ist er. Ja, die Pro 90. Vielleicht da in dem Loch. Kann man die irgendwie gut rüberflaschen. Ja, Short mit B90. Hey, was war das für eine Flash? Oh, die Flash war bitter. Der kann da nicht senden. Oh mein Gott, da geht hin, Mitte, Short. Oh. Oh, Mitte, einer raus. Einer ist aber mit. Oh, ja. Short kommt einer. Snesel, Mitte kommt einer. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich bin tot. Es war so klar. Und Short kommt auch. Die teilen sie über die ganze Map auf. Da waren zwei W. Zwei, hallo. Oh, geil. Der Erster. Halt, 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 Halt. Nice. Noch einer mit Auffe. Zwei. Ja, wir machen ein bisschen näher ran. Geht näher ran. Jan holt die Waffe. Werft die zurück. Wer ist die Waffe? Larry, ich hol dir was. Schieß weiter. Ich hol dir eine Waffe. Jan, wir können doch mal ruhig rangehen eigentlich. Eine Waffe holen. Hier, Larry. Du kannst die selber spielen, die Waffe. Nimm du die, nimm du die. Cool. Ihr back mit der Aube einfach. Jawohl, läuft. Der weiß ja eh, dass wir hier stehen. Oh mein Gott, er kommt. Vorsicht. Fuck, Alter. Ich habe einen HP. Warte, warte, warte. Noch neun Schuss habe ich. Okay, 3, 2, 1, go. Boah, der ist wieder so low, ne? 77. Nicht reinfliegen, das sind zwei. Nice, Yakuza. Sweet. So viele Waffen. Wow. Later. Noch einer, Larry. Noch einer. B frei, B frei. Kostig. Nice, Jungs. Sehr schön, Jungs. Ich spring wieder durch. Oh mein Gott. Sneasel, genau. Das allererste Mal, dass mir sowas passiert. Gott, bin ich peinlich. Beriert jetzt. Komm, Larry, lass uns close gehen. Das werden die nicht, das werden die nicht kontern können. Oh, ich gehe raus. Hilfe, Aua. Doch, keine Ahnung. Ein HP? B ist was. Ich komme zu dir. B kommt raus. Einer mindestens. Bin im Window. Jo, jetzt bei dir, Klaus. Direkt bei dir. Direkt, direkt. Machst du den, danke. Ich habe gedacht, der tötet Jan noch. Dann hätte ich das. Boah, das wäre so schön. Das wäre echt nicht schön gewesen, hast du recht. Warum haben wir nur drei jetzt? Ich frage nicht. Boah, Larry, ich gehe zurück, Alter. Ich gehe sowas von zurück. Ach, doch, scheiße. Larry, ich bin immer noch full. Das ist ja B. Ah. Er kommt. Left side. Hab ich. Sein kleinen Stinkearm, Alter. Ja, Alter. Der Fliegerini. Woo. Woo. Sieh ein bisschen auf zurück. Larry, Rückzug ist keine Option. Ich war sogar Flash, ne? Riese, Riese. Short Flash. Nee, Smoke. Weg. Er ist einfach reingelaufen. Nice. Ich habe dann neben geschossen. Oh, scheiße. Oh, mein Gott. Lauf. Larry. Oh, ich habe daneben geschossen. Larry ist meine Schuld. Was brauchst du? Larry, es tut mir so leid. Wirklich. Ich hätte dich echt retten können. Aber ich habe gemisst. Der Mittel geht raus. Pass Short auf, Jan. Ja, Short. Short verkackst dein Molly komplett. Flash long. Leise, leise, leise. Mitte. Ah, macht Spaß. Ren, Jan, rennen. Bluuu. Oh, nice. Good Hard. Wisst ihr, woran es lag? An dem GLHF? Läsch der mich raus. Nice. Einmal eine Flash. Okay. Kurz thing bleiben. Einer durch. Oh, Gott. Zwei durch. Kill Priorisierung gleich Null. Short. Hat zwei Hits. Nice. Dayra. Alla. Short einer. 2 und Mitte pusht auch Mitte ist weg Short weg Einer hat AK Mitte einer und long auch oder? Nice Orange legst du Lower Wie kann gecrossed sein Ich smoke ab Ich hab ge-smoked Nice Let's get fucking tonight Oh mein Gott Ich hab noch ne Scout in der Mitte Passt mal auf Merkt euch mal die Flash Okay, bis früh Kann ich euch verkaufen für 3,80€ die Flash Popmit kann eigentlich nicht schnell Nein Please backle up Buckaroo Kurz direkt planten Was ist der Gegner? Ich guck mal ob das überhaupt steht Ja Und Short In die Zange genommen Scheiße Nice Sollen wir bei Russian einfach mal so Ohne was verkaufen Nice Ich hab gerade ne Vision gehabt Ich kann leider nicht mit euch mit Russian Ich muss euch baiten Doch du musst mit Ich muss euch baiten Boop Larry, ich bait ihn Larry, hast du ihn? Ja, der spielt scheiße Uhhh Larry, weißt du was? Was ich dir jetzt sagen kann Das Game ist weg Haha Hat Headshot 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 tue ich Jetzt ab Geht's weg Wir haben die Bombe nicht hier Wir haben die Bombe nicht, ja man Oh Gott, Short ist schon durch Right Side B könnte frei sein Ne B waren 2 Oh ja, geil alter B hat keinen Hits Wo war der? Da Ach man Also ich bin jetzt auf jeden Fall ABP Und ich glaube, dass wenn ich in B reinglotze Aus den Cutters Dass man da einen beklatschen kann Ok, gut Was ist Short steht, Baby B down Lass auf A gehen Lass auf A gehen Warte, ich ABP von oben runter Ja, ich seh ihn Er ist Mitte, er ist Mitte Er geht Short Geht immer auf den Blend Er hat echt noch da unten gestanden Was war das für ein Plan von ihm jetzt eben Schaffst du da wieder? Ach Gott Es reißt nicht ab Oh, Uprank Uprank of Supreme Nice Blatt 50 Punkte Ich kann mich überhaupt nicht beschweren